Hallo ihr Lieben, ich habe heute was Besonderes vor, also für mich zumindest. Ich habe mich einen Moment drum gedrückt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Idee von einer, ja, die auf TikTok immer mal wieder Videos hochlädt. Wenn ich den Namen nochmal finde, dann werde ich ihn auch verlinken und fand das tatsächlich sehr spannend. Da geht es darum, mit einem T-Shirt, ich habe jetzt so eins noch da gehabt und einer Leinwand, dann das Ganze wie so ein Faltenbild zu machen. Das heißt, das geht erstmal los. Tatsache damit, das T-Shirt reicht eine Seite. Ich habe tatsache alles zweimal gemacht, also dort dann wirklich einmal die Vorderseite, einmal die Rückseite auf zwei Leinwänden dann zu machen und dementsprechend, aber ich zeige euch nur jeweils immer, wie ich es einmal mache, weil ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn ich euch das zeige, wie ich zweimal das gleiche mache. Und genau, ich nehme dann so viel wie möglich. Ich habe es so ein bisschen beim ersten Mal so ein bisschen gelust, aber ich finde es trotzdem ist es gut geworden, auch wenn es jetzt kürzer war, als ich es dann dachte. Und ihr werdet sehen, ich werde es dann auch nochmal sagen, was ich meine. Und genau, ansonsten, ihr braucht noch wasserlöslichen Kleber. Ihr braucht ein Glas, wo natürlich der Kleber und dann das Wasser mit reinkommt, womit ihr das Ganze verdünnt, weil der Kleber selber ist ja relativ dickflüssig, zumindest meinen, den ich jetzt habe. Ich weiß nicht, welchen ihr habt. Wichtig wäre auch, dass der so ein Stück weit transparent trocknet. Und wenn ihr dann das T-Shirt so weit zurechtgeschnitten habt, dreht ihr das Ganze dann, wie ihr seht, um und versucht das Ganze so dann zu legen, dass ihr das erstmal dort dann festmacht. Und so ein bisschen darauf achten, die Falten müssen ja auch noch rein. Das heißt, ich habe tatsache erstmal nur unten, damit es halt stabil ist, hauptsächlich festgemacht und habe dann auch diese kleinen Häutstäbchen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich habe oft bei den Leinwänden ja diese kleinen Häutstäbchen mit bei. Ich habe leider den Sinn für mich noch nicht entdeckt. Aber das ist auch okay. Man muss nicht alles für sich nutzen, was man so dann hat. Und genau, und dann habe ich erstmal das Ganze mit diesem Wasser- und Klebergemisch nicht irritieren lassen. Der ist zwar weiß, aber der trocknet transparent nach. Und dann funktioniert es relativ einfach, muss ich mal sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Ich habe auch fast den kompletten Kleber da so genutzt. Also so vielleicht so als Richtwert. Ich habe es ja so Pi mal Daumen. Ich habe gedacht, okay, wenn es dann leider zu viel ist, dann ist es halt auch so. Ich habe noch ein bisschen nachverdünnt. Und ich habe es übrigens relativ schnell gemacht, das Video, weil es doch relativ viel Zeit auch in Anspruch genommen hat, das ganze Video oder überhaupt die ganzen einzelnen Schritte. Ich glaube aber, dass trotzdem alles ganz gut zu sehen ist. Wie gesagt, erstmal alles so weit gut durchdrängen, dass es erstmal feucht ist. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr die ganzen schönen Falten legen. Nämlich, dass es dann so für euch perfekt aussieht. Der eine mag vielleicht mehr größere Falten, der andere mehr kleinere Falten, der andere mehr geknautscht oder irgendwie so. Ihr habt da so viele kreative Möglichkeiten auch, was ich unglaublich toll fand. Und das ist so eine Idee, auf die muss man auch erstmal kommen. Wie gesagt, ich hoffe, ich finde dieses Video auch nochmal und dann verlinke ich euch den TikTok-Namen dazu. Und ja, hier habe ich den Fehler gemacht, dass ich tatsächlich was abgeschnitten habe. Ich glaube, ich hätte es lieber drangelassen, jetzt rückwirkend. Aber wie gesagt, das Ergebnis ist trotzdem super. Also ich liebe es sehr. Also wer das nachmacht, der würde es, glaube ich, genauso lieben. Und genau, ich habe es dann jetzt ein paar Tage trocknen lassen, was aber nicht nötig gewesen wäre. Aber wer mich kennt, dadurch, da ich ja Vollzeit auch arbeiten gehe, war das dann für mich jetzt so die bessere Variante, eben die Sachen immer trocknen zu lassen. Und ich komme halt immer nicht ganz so. Heute komme ich ein bisschen mehr dazu. Also ich mache es aktuell, ist es der Mittwoch, wo ich es alles soweit fertig mache. Und auch das Video, so weit auch schon fertig schneide und vertone. Weil wir haben in Berlin nämlich Feiertag. Heute ist Frauentag und dementsprechend habe ich mir die Zeit jetzt genommen und habe das Ganze dann eben mal für mich in Anspruch jetzt genommen, dass ich dann mir die Zeit nehme, zu basteln. Und ihr seht, ich habe es so ein bisschen, ja wie so eine Tasche eigentlich gefaltet. Aber ja, dementsprechend, hier seht ihr dann das Ganze, dass das ausgehärtet ist. Das härtet wirklich relativ gut hart aus. Ein bisschen, ihr solltet aufpassen, dass ihr natürlich nicht mehr so dolle mit Wasser dann da in Verbindung geratet. Und aufgrund dessen, weil es sich sonst so ein bisschen löst. Ich habe es so ein bisschen mit der Farbe gemerkt. Ich habe einen schönen Goldton dafür diesmal genutzt. Ich bin ja sonst eher Typ Silber. Aber ich fand jetzt, das Gold fand ich passender. Und habe es dann erst mal mit so einem Schwämmchen probiert. Aber eigentlich geht ein Pinsel viel, viel, viel besser. Und also nutzt den Pinsel. Aber wie gesagt, falls euch das Schwämmchen, falls ihr zum Beispiel lieber nochmal weiße Stellen mit drin haben wollt, hatte ich auch erst überlegt, dass ich es viel, viel gröber mit dem Gold bloß betupfe. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, nee, eigentlich gefällt es mir, glaube ich, anders besser. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, wäre es jetzt nicht Gold, hätte ich vielleicht eine andere Farbe genommen. Dann hätte ich es dann auch nochmal überdacht und hätte es vielleicht auch gröber bloß betupft. Ja, hier seht ihr, da bin ich fast fertig. Habe ja also dementsprechend, also es dauert auch seine Zeit. Also man kann sich da übrigens schön ein Hörbuch anmachen oder Musik oder so. Also dementsprechend, ich höre ja zum Beispiel gerne Hörbücher. Ich mache mir aber auch gerne meine Musik an, die ich selber ja auf YouTube hochlade, wo ich bei Bands gewesen bin. Also total unterschiedlich. Also dementsprechend gönnt euch die Zeit einfach mal zur Ruhe finden. Und dann denke ich mal, funktioniert das auch ganz gut. Ja, das heißt, ich habe dann das Gold gemacht und dann wollte ich damit einfach eine gewisse Grundbasis, einfach auch da habe ich das Ganze dann den Rest der Leinwand, weil ja da bisher noch nichts drauf war, das Ganze mit weiß gemacht. Und das Ganze habe ich dann aber mit dem Schwämmchen auch in so eine leichte Struktur gemacht. Und das ist für mich wirklich jetzt auch einfach ein schöner Basis gewesen, womit ich wirklich auch sehr zufrieden war. Ich hatte erst überlegt, ob ich ein Dunkelblau oder ein Schwarz oder so nehme, wo das vielleicht auch nochmal rauskommt. Aber ich habe mich diesmal erstmal nur für die weiße, schlichte Variante entschieden und habe das Ganze, wie gesagt, dann getupft. Da sind übrigens, falls jetzt die Nerds oder die Monks unter uns, die weißen Stellen dort auf der Landwand, habe ich also die, wo das Gold ist, habe ich natürlich noch ausgebessert. Und also, keine Sorge, dort existiert keine weiße Stelle mehr. Ja, dann habe ich das natürlich mit der zweiten auch nochmal gemacht. Habe dort auch getupft und gemacht. Und wie gesagt, es hat einen Moment seiner Zeit in Anspruch genommen. Und ja, ich zeige euch jetzt gleich noch meine verschiedenen Möglichkeiten. Achso, ich habe übrigens das Ganze auch noch mit dem Klarlack besprüht, damit vielleicht ein bisschen mehr das Glänzende noch rauskommt. Und das habe ich irgendwie vergessen zu filmen, glaube ich. Und aber jetzt zeige ich euch noch die Ergebnisse, wie man es stellen kann, wie man es machen kann. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, lasst mir gerne einen Kommentar, ein Abo, einen Daumen nach oben oder was auch immer da. Ich freue mich sehr, was auch immer ihr euch zum Beispiel auch gerne wünscht, was ich auch nochmal ausprobieren soll, sagt gerne Bescheid. Und ich freue mich dann und ich hoffe, ihr seid nächste Woche Sonntag wieder mit dabei. Da gibt es das nächste dann, das nächste Video. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Tschüss.